Oma auf Olo das Platz hat in den defibrillator mit was schon denn ja okay dann nehm ich den defibrillator mit ein dich wüsste die wie er hat mich schon dabei das passt schon ok er wenn ich kann mir in das Kinderzimmer reden, ich hab den Obst gesehen, ich hab Gemüse gesehen so jetzt muss ich dich unterbrechen schau mal die, schau mal die, schau mal die Stellung an alter hey komm was denn, wie es auch schafft da liegt noch ein defibrillator was soll denn ausschauen ja wie sie dort hockt wer hockt denn dort das sitzt niemand da sitzt niemand bei mir sitzt da jemand oh du sind Gespenster unter komischen Positionen die leicht pervers ist oder du schaust sogar im Hintergrund vorn nein oh schau schau da bist du da hinten weggelaufen ah nein du hast ihn grad gesägt egal, mach keinen Unterschied hat nie oder? aber das sollte jetzt das Finale sein oh ich hab' sehr coolen äh Skybox Fail Süßer siehst du dich auskommen zieh dich aus Skybox Fail yeah ha 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 dich hab lila und schwarze Quadrate am Himmel da oben stehen Süßer zieh dich einfach aus komm was für ein schöner Ausblick SPRING huiii das geht leider nicht was passiert wie man da springen kann kann man da springen aber ich glaube mach dir was zu Abendbrot Papa zieh sich auch aus komm ich aus ich kann mir sehr gut vorstellen dass wir da von dem Helikopter oder sowas abgeholt werden verdammt zieh woanders hin ich mein dann das sieht wenn man hier noch nicht drüber gehen kann und da ist es durch Planken es sieht so aus vor allem weil da so viel Platz nach unten ist Hallo Andreas die Skybox ist ein Gedicht vor allem weil da oben ein Vogel fliegt stirb Geier die Motherfucker die du bist tot stirb Wolter ich bin auch Gott von Konzonen jemals von ihren Tabletten weg Niemals ich hab du bist halt fix der Aufnahme wurde Matze ich hab keinen Speicherplatz mehr Tja m auch ha 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 das ist wieviel und so ist Gigabyte vollgekriegt hey hier sind Ben Teamkanister hier geht auch nach oben irgendwie Dinger von dir mitsch schneiden eh mich schon mal mehr durch die Häuser durchschauen muss ich halt die letzte Mission von dir zu Hilfe nehmen wir sind immerhin zu Zweit die Filme ich habe genügend Speicherplatz jetzt ja alter so viel war es noch nie ja wir nehmen wahrscheinlich auch schon viel zu lange auf sondern wir haben auch noch nie aufgenommen praktisch denn er ist immerhin schon zwanzig nach Prozent sechs ich weiß gar nicht ob sich das noch lohnt zu dir zu fahren ja doch hier doch ja wenn es jetzt noch ein bisschen dauert dann ist es sieben das ist die letzte Mission das Finale Fabi es sind noch zehn Minuten zehn oder eine Viertelstunde bis es noch dauert geht es ja hier entlang nach da hoffentlich nicht länger es ist echt eine fette Map ja und verdammt cool gemacht und ich habe keine Ahnung wo es lang geht jetzt ist das nächste hier geht es auch noch runter hier geht es hoch und wieso wir schießen die ganzen Kanister wenn hier schon so viele Kanister da liegen dann werden wir wahrscheinlich wieder Kanister sammeln müssen wieso schießt ihr die dann alle hm keine Ahnung macht Spaß die müssen wir nichts sammeln unwahrscheinlich wieso wüssten wir das wir heben die halt alle auf hier steht ein Generator und dann irgendwann wenn das Benzin und das Wiesel ausgeht können wir damit Geld machen müssen wir nichts sammeln und hier steht ein Generator ahaha ich habe eine Rohrbombe reichen die dann überhaupt ja natürlich die spawnen wieder aber trotzdem das war auch das Zeug jetzt schon zu verschmeißen ich habe noch einen wieder gefunden deswegen ja trotzdem also dann Hilfenhaut verteidigt euch was sag ich verrückt aber es sind nur 10 dort so lange wo müssen wir es hinbringen hier zum Generator hoch wo ja zu uns wir müssen doch so Kanister sammeln ach echt ach so ja ich sehe es genau die Augen das ist Schnellchecker keine Logik ich habe ein bisschen Adrenalin ah schon besser nein 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 das sind ja meistens vieler als 10 hm ich schau mal so ein bisschen hier oben ein bisschen ah ich sehe die Kanister ich sehe die Kanister ach echt eine Auffassungsgabe ja Stein nein ich will schon mal rein schau mal rein Hilfe ich finde keine Kanister mehr so hier sind sie drin 6 fehlen noch nein bitte nicht nein Nein! Komm, Lars, da liegt ne Rohrbombe. Es geht halt für mich. Kommt man da runter? Ich schätze mal, so wie wir hochgekommen sind. Soweit zurücklaufen. Ah fuck. Oh, verdammt. Oh, ich kenn mich nicht aus! Hier runter? Ja, hier gehts runter. Hier gehts aber da hin. Und da komme ich her. Verdammt! Ich spiele auf dem Gang erstmal die Kanister. Na komm schon. Lass mich doch jetzt noch. Oh, tsch, tsch. Da auch ein Fuck. Der war... Nein. So, da sind noch zwei. Ich hab mir schon gedacht, warum nehme ich so flüssig auf? Er machte die zwei, dann reicht's, gell? Äh, ja. Kommt die alle runter? Oh, aufpassen, das müssen wir nicht ausschließen. Kistana-Action! Ja. Hier. Gell. Na! Bloat! Äh, na, bleib bloat. Oh, na. Nicht jetzt ein Bloatjob. Gestern war Schnitzel- und Bloatjob-Tag. Oh, nein. Stieblow-Tag. Ja. Oh, Tank. Tank, der ist jetzt irgendwie ungünstig. Ich weiß auch nicht. Himmel da! Jawoll. Na, gut. Wer hat den Kanister angeschossen? Oh, Tank! Hahaha, fuck, fuck, fuck. Ah, ist so down. Naja, ist irgendwie unvorteilhaft. Der Tank nicht noch, der Tank nicht noch, der Tank nicht noch. Ja, ich weiß. Alter, verpiss dich mal, du Scheiß-Kombi. Aaaaaah! Gut, dass ich keine Schmerzen hab. Hilfe! Wer ist weg? Hilfe! 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 Help! 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 Ich hole den letzten Kanister noch, weil irgendwie hat einen angezunden. Schmeiß die Scheiße doch nicht da her, Mann! Aaaaaah! Nicht, dass die Kanister draufgehen. Aaaaaah! Ich hole den letzten, ne? Kommt mir irgendwer entgegen. Fühl kurz ein. Muss mich kurz heilen, es geht da nix mehr. So, ich komme. Hier entgegen. Dann bring ich's mir zum Hallen. Alter. Aaaaaah! Nicht mit mir! So. Auf die Augenbrauen! Auf die Augenbrauen, Boxen! Smoker, Smoker bei dir! Okay, hab ich. Hast du Kanister? Ja, ja, ja. Okay, ich treff dich. Ja, dann lauf halt vor mir weg, Zombie! Achtung! Fabi, Fabi, geh weg da, geh weg da, geh weg da! Geht nicht, ich werd festgehalten, ist aber nicht so schlimm. Komm, lauf, lauf, lauf! Ah! Der ist auf das Gerät da drauf gesprungen und es verbrennt hier da oben. Komm in sie! Äh... Äh... Jetzt noch ein Tank wäre extrem ungünstig. Ja, komm, lauf, 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 lauf! Ja, komm, lauf, 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 lauf! Manu? Bin dabei, ich schieß schon, ich schieß schon. Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Komm schon! Achtung, ey! Lauf, Boris! Lauf, Schlampe! Lauf! Lauf! Laufen und so. Füll ein, Schlampe! Füll ein! Mach den Motor an! Hey! Ja, ja, ja. Hilfe ist hier einsteigen! Ein OP, Freunde! Wo müssen wir hin? Nein! Ich glaube, wir müssen runter zu dieser Plattform, wo das SOS stand. Ja, das wäre lustig, Alter. Egal, wir können da runterspringen. Äh... Was? Was geht das? Leute, Leute! Schock auf mir! Schock auf mir! Papi! 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 Ich komme nicht mehr hoch! Nein! Ich muss runterspringen! Bitte! Papi! Alter! Alter! Okay, okay, okay! Alter, hilf mir! Ich fiss dich! Okay! Dann laufen wir runter, oder? Ja! Wir springen dann runter, ihr müsst mich dann wiederbeleben heute! Ich stehe einfach hoch, man. Versucht da hochzuspringen! Hallo! Leute, Leute! Wir müssen jetzt runter! Da kommt ein Tank! Da kommt ein Tank! Ja, geht runter! Ich spring dann an der Mauer hinab! Und dann erteile mich einfach! Ah, hier geht's zeitlich runter! Hier geht's zeitlich runter! Hier geht's zeitlich runter! Oh, hier geht's zeitlich runter! Oh, hier geht's zeitlich runter! Ah, Pilgen! Halleluja! Äh... Lade nach! Ein Halleluja für Pilgen! Ja! Okay, ich... Ich kenn mich nicht aus, ich lauf einfach! Na klar! Oh, nochmal Pilgen! Äh... Fuck! Geht's runter! Gummis gut aus! Ah, Tata! Ich seh den Hedi! Mit den Kanistern! Ich seh den Hedi! Alter, Mathe! Tum! Mathe! Tum! Hei mich! Shit! Fadam! Egal, Gills! Ich bin am Hedi! Ich bin im Hedi! Ich hab keinen Plan! Ich hab's mehr zu verfreien! Da kommt ich nicht hoch, Fabi, sorry! Ja, ne... Mathe! Ja, klein Mathe, wenn du dich anstrengst, dann... Mann! Ja tschüss Jungs! Gehittet man! Ja ich würd sagen... Ich muss mich hoch wieder Ich würd sagen das ist die Entschädigung für letztes Mal Ohhhh Alter Oh Mann Ich hab mal wieder ne Failaufnahme 930 Minuten plus die ersten 2 Maps Ich sag' dir das hat ewig lange gedauert Das war's locker ne Stunde diesmal Okay, also Leute, bis zur nächsten Custom-Kampagne und wir sehen uns dann wieder morgen. Alles klar, bis morgen, Leute. Ciao. Servus. Auf Wiedersehen.